Ich hab Bock auf einen neuen Part. Poppy Playtime. Und heute geht's weiter. Hagi Wagi. Hi Brody, was geht? Können wir hier irgendwas machen? Vielleicht einen Holz klöpfen? Nee, da war's ab. Aber das bringt nicht. Ah, guck mal, hier geht's weiter, wenn wir die Hand darauf machen. Und dann öffnet sich anscheinend die Tür, aber wir kommen da nicht rein. Wie geht's denn dann? Ist halt die Frage. Hier. Seht ihr das? Da ist irgendwas dran. Und das können wir ziehen. Was das war, hab ich nicht erkannt. Leute. Okay, wir können ihm das Ding klauen. Mal eben kurz mich melden und sagen, dass ich zu dumm war. Ja. Ich bin einfach zu dumm. Ich kann das nicht mehr verkraften. Later. Leute, ich hab den in den Lösungen nachgekuckt. Und hier muss man sich so hinstellen und dann Y drücken. So. Nur für Personal, okay. Das haben wir hier. Hier ist so ein deutliches Ding und so ein gerade stehendes Ding. Okay, was gibt's hier? Vergiss nicht, sei, sei nicht. Als ob ich mir das alles durchlese. Ihr könnt euch das ja durchlesen, falls ihr Bock habt. Falls ihr könntet. Nein, Spaß. Ähm. Also, was ist hier jetzt unsere Aufgabe? Da ist so ein Licht. Keine Ahnung. Ähm. Da ist so ein Stromkasten. Warte, was? Ich glaub, man muss hier Strom herstellen. Ich weiß, es aber auch muss. Das kann doch keine volle Helligkeit sein. Ich seh fast gar nichts. Man kann hier heranreifen. Ach so, lol. Man muss wirklich irgendwas mit Strom machen. Was weiß ich aber nicht. Also, ich weiß es glaub ich nicht, lol. Wo muss ich denn hin? Hä? Ich hab gar keine Ahnung. Bro, was ist meine Mission? Hier ist so ein Pfosten. Vielleicht andersrum. Ja, es geht. Und... Was muss ich jetzt machen? Hm. Ich bin noch überfragt. Soll man damit hier irgendwo hin? Ich glaube, ich muss bald das Projekt abbrechen. Ich bin dafür einfach viel, viel zu dumm. Warte mal andersrum. Nicht so rum. Mann. Ja. Aber wo muss ich hin? Warte, was ist hier? Hier vielleicht? Ja, wow. Ich bin noch nicht. Doch jetzt muss ich raus. Und wie? Das editier ich euch ein bisschen. Noch irgendwas hier am Licht? Hm. Also ich glaube jetzt erstmal nicht. Aber wie? Bei der gestrichelten Linie ist natürlich Huggy Wuggy ist weg. Das was jetzt kommt, kommt nur aus Soak Basis, also nimmt es nicht ernst. Ich habe schon ein bisschen Angst und falls ihr wissen wollt, was da passiert, lasst bitte ganz schnell einen Like da. Ich habe einen... Grinch.